. . . Gehen wir davon? Hm. Ist das auch hier? Vera? Ja. Abarth? Klar. Scha... Ja. Hat Schock eingeladen. Es ist deine Vertretung, er gehört zum Team. Kurt? Eww, ja. Und Adi? Natürlich. Gut, also wie bei jeder Sitzung füllen wir mit dem gleichen Thema an. Was unternehmen wir gegen Jens Wachotz? Das Handwerk ist die Regering. Grundschweick und Erst Trave. In der Tränen